Das ist unser erster Auftritt seit zwei Jahren. Das hat was ganz Besonderes, das mit vorgehaltener Waffe zu singen. Stell dir vor, du wärst wieder allein unter Leuten, singst traurige Lieder vom Sein und Bedeuten, vom Schrein und sich Häuten, vom Wollen und Nicht-Kriegen, vom Kriegen und Frieden, vom Niemals-Zum-Frieden-Sein und plötzlich ein Schlag und du kriegst auf allen Vieren und eine Stimme an deinem Ohr, sagt, du sollst nicht lamentieren. Sie sagte, Schluss mit den Faxen und Schluss mit dem Greinen. Mit deinem Tritt in die Haxen und deinem Kuss, der zum Weinen währt, hielt er dich fest. Und auch wenn du dich wert hast, wenn du dir nicht glauben kannst, dass du es wert bist. Alles ist alles, ist alles. Dir ist alles erlaubt und alles gegeben. Alles ist alles geglaubt und alles vergeben. Und alles wär drin und alles vergeben. Es wär alles getan und alles vergeben. So gut. Stell dir vor, dass Erlösung nicht nur für religiöse Wär, rigorose Engel kämen, die richtig böse wären. Wenn du sonst keinem glaubst, würdest du glauben, wenn sie sagten, schau, wir fixieren deine Schrauben. Wenn sie sagten, wir nehmen dir deine Kröten, sagten, würdest du tanzen oder dich danach bücken, weißt du? Alles ist alles, ist alles, ist alles, dir wär alles erlaubt und alles gegeben. Alles geglaubt und alles vergeben, alles verdreht und alles daneben. Es wär alles getan und alles vergeben, alles verdreht und alles verdreht und alles verdreht. Alles vergeben, alles verdreht und alles verdreht. Dankeschön.